moin moin lieben leute und willkommen zurück hier auf meinem kanal zu einem neuen spiel und zwar tunic oder tunic 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 gut kann man sagen wie man will handelt sich um ein ja was das ein action abenteuer kann man sagen im stile von verschiedenen anderen genres viele vergleiche sind mit zelda ja kann man bestimmt auch können auch noch mit ocean horn aber das ist ja auch ein bisschen von zelda abgekuppert also naja ich finde immer dass der vergleich hinkt immer so ein bisschen aber es soll ganz gut sein ich habe schon vorher mal so ein paar nachrichten darüber gesehen und das perfekte ist es lande direkt im game pass so wir sind gerade schon gefahrt ist startet ich habe gar nicht abgewartet und gleich losgerannt und ja schauen wir uns doch mal an was es hier so gibt also das ganze ist eine voxel grafik die eigentlich ganz cool aussieht da unten ist was komme ich auch runter ne hier ok da steht noch irgendwas können wir nichts machen ach so man kann auch ein paar wege machen ach guck mal man kann hüpfen kann hier hoch warte mal bevor ich da hoch gehe gehe ich doch mal hier rein na guck mal hier ist eine kiste ein stock also nicht dass ich wunderte ich habe das spiel auf deutsch gestellt ich glaube der macht das allgemein so ein bisschen so was kann ich denn da jetzt machen ach so ich kann auswählen wo ich es hinsetzen will ok ich setze es hier nichts dahin das kann ich hauen kann man auch hier die haben kann auch schön die krügel zerstören perfekt hier kann man auch noch durchgehen oder was wo kommen wir da hin da kommen wir hier hin wo wir nichts machen können ok also kann ich die kaputt machen ne kann ich nicht da brauche ich bestimmt was schärferes für aber das habe ich nicht da habe ich so ein fokus warte mal gegner ok die türe geht nicht ok brauchen wir bestimmt einen schlüssel oder irgendwas für was steht hier da ist ein schlüssel oder helden grab da ist ein schwert drauf oh gegner ich will gar nicht wissen wer es aussieht wenn die mich treffen sie treffen mich ja nicht wie ihr seht ok dann gehen wir hier hoch hier rum hier gehen wir auch wieder hoch da ist eine truwe oh da ist auch eine ah der haut ja gleich hier zu oh alter wer haut da zu krass stadt oh wir gehen wir in die stadt könnte man nicht aber da kommt ein gegner also ich kann die leider nicht hoch ich kann hier kann diese kleinen bäumchen nicht zerstören oh dann gehen wir noch eine etage höher oder sollen wir gucken was da ist noch da geht es wieder rund runter wollen wir jetzt nicht wollen wir jetzt nur nach oben so hier ist alles ein bisschen blau was ist das denn hier das ist bestimmt noch eine speicherstelle gut wir gehen mal hier langs ok ein schlüssel ich kann mich durch was ist das da unten ist die tür da kommen wir aber nicht hin da komme ich leider nicht hin ich kann das ja nicht aufmachen hier ich kann es auch nicht zerstören ne kann ich nicht schade also wir brauchen irgendwas schärferes oder ja weiß ich nicht aber irgendwas schärferes ne warte mal wir konnten hier hinten auch noch eins gehen ne da ist eine tür oh es passiert was ja wow wow hm wo müssen wir hin wieso bin ich so blau ist das so eine art traumsequenz komm ich längst auf irgendwie ne ok geht da noch rum oh hier links kann man schneller laufen schneller kann er nicht laufen aber dieses sprinten das ist jetzt ein bisschen zeitlupen mäßig jetzt hier und zwei stimmen gabeln ok wir müssen wahrscheinlich beide aktivieren machen wir schnell und hier kommen wir jetzt hier rein ne können wir nicht macht er automatisch ok automagisch so und hier ja geht es nirgends wohin hier ist ein abgrund huch ok ich laufe mal hier so über dem abgrund hui ich kann wahrscheinlich auf diesen nebel laufen ne wo ist das ne ich kann auch an der seite laufen oh falle ich gleich runter ne was passiert hier was passiert mit uns ach guck mal ah da ist jemand den wir befreien müssen ok wo landen wir jetzt das ist eine sehr gute frage da oben ist auch eine kleine stimmenkabel oben rechts jetzt sind wir hier wieder kann ich da reingehen für immer versiegelt ok das ist natürlich schlecht hm so ich speichere nochmal schnell sicherheitshalber huch man weiß ja nie ne die ganze sequenz nochmal anschauen das wollen wir natürlich nicht sooo ich bin ein Tunic gut hier war doch irgendwo eine Tür wo wir reinkonnten oder nicht reinkonnten da unten genau gehen wir doch mal da rein Helgengrab ok paar Waffe ok was zeigt er da hin also müssen wir auch in die Richtung ne der Beginn des Abenteuers die Ostglocke läuten die Westglocke läuten die Westglocke läuten in einem fernen Land wurde ein großer Stadt auf ewig versiegelt also Ostwald Helgengrab Hauptmann der Wache das ist wahrscheinlich die Reihenfolge die wir machen müssen ne Ostwald Helgengrab Hauptmann der Wache ok man kann das drehen Zaubertrank ah ok das ist so ein ah da sieht man alles tut mir weh wenn ich müde bin ok ok gut also sehr minimalistisch alles gehalten finde ich gut nicht zu viel Erklärung finde ich noch besser oh da wollte ich schon gleich zugrunde da war ich noch recht ah da ist nix drin durchärgerlich mal runter gehen ok hier gehts nicht weiter und da komme ich nicht rein und hier gehts auch nicht weiter ok die Leiter können wir nicht benutzen müssen wir nochmal oben jumpen da ist auch noch ne Leiter nimm dir mal ist das hier komme ich auch irgendwo hin noch huch hier kann ich durchlaufen aha ein Geheingang was da wohl drin ist was da denn wie kann man das ausrüsten was war das was ich da gefunden hab also Handbuch weißt du uns das ok hä verstehe ich nicht gibt es ja irgendwas wo man reingehen kann ne kann ich nicht geht wirklich nicht also aber gut haben wir schon mal was geheimnisvolles entdeckt ha Norden, Süden, Osten, Westen zuhause ist da unten ist eine Kiste die holen wir uns also noch diese kleinen Kanonenfutter weiter ok die sind echt easy hier die machen ja gar nichts weiß ich ob die Schaden machen ich lass die gar nicht erst dazu kommen ok weiß ich wieviel man von diesen Dingern sammeln kann ok gibt aber einiges 25 ok gehts hier weiter irgendwo ne kommen wir nicht runter ok dann gehen wir hier hoch so schauen wir doch mal ok hier gibt es verschiedene da können wir wieder nicht durch ach man wir kommen nirgends wohin was steht da Ostwald ok was stand da auf unserer Karte was stand da Ostwald ok wir sind doch richtig Ostwald, Helden, Grab und irgendwas anderes komm her hier mach ich platt mach ich platt ok warte hier steht noch was ah ok ja fokussieren das haben wir schon rausgefunden LB ach steht da auch nichts bei ne muss man erst Bilder für haben ein Schild ja ein Schild habe ich ein Schwert wäre super springen da ach guck mal da springen und was ist das eine Rolle oder irgendwas machen ne gedrückt halten hä was ist denn da mir passiert nichts ach so dann läuft er auch mal schneller das ist doch gut zu wissen warte mal guck mal dann läuft er das ist doch gut ok was machen wir jetzt wo wollen wir hin jetzt mal hier hoch ja erstmal hier hoch denn hier können wir nichts machen gar nichts machen das ist aber schon blöd und hier ordentlich es geht hier auch an der Seite längst warte mal ist das auch im Weg da sieht so aus ne aber ich glaube da können wir nicht raus oder ne da geht es nirgendwo hin ok dann können wir hier an der Seite noch längst gehen wo uns das irgendwie weiterhilft oh guck mal ein kleiner Gegner hier geht es runter mal runter gehen ah ok gespeichert ok ok Ostwald da sollten wir hin war das nicht so warte mal drehen wir mal um ah da Ostwald Heldengrab Hauptmann der Wache mhm 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 noch nichts oh 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 ah der haut mich der haut mich der haut mich hart ah ok ja das erste Mal dass ich getroffen worden bin hier geht's auch rein Doch, hier geht's rein. Guck mal, hier geht's rein. Aber wir bringen uns das nicht weiter irgendwie. Da ist aber eine Truhe, die nehmen wir mit. Ein paar Münzen und hier haben wir wieder so ein... Okay, es gibt da so einige Stellen, wo hinkommt. Da oben ist so ein Wachtturm oder was das ist. Wir gehen mal zurück. Hier raus gehen wir. Hey, wo war der Ausgang? Ach, da. Oh, da sind zwei von denen. Oh nein, die hauen mich. Oh, krass. Krass. Oh, wir haben auch ganz schön viel Leben. Aber Leben haben wir nicht verloren viel. Aber wir nehmen so ein bisschen. Oh nein. Oh nein, der ist fies. Oh, hau weg. Alter. Heldengrabe. Okay, in die Richtung zum Heldengrabe. Auf jeden Fall. Ostwald sind wir. Oh, wir können mal speichern. Obwohl, da unten ist eine Kiste. Lass uns erstmal die Kiste holen und dann speichern. Hier ist ein Schwert. Wir kriegen ein Schwert. Ne, wir kriegen. Keine Ahnung, was es ist. Sieht aus wie eine Frucht. Na gut. Oh, warte mal. Wir speichern trotzdem mal. Okay. Hier ist ein Stück von unserer Anleitung, glaube ich wieder. Stell dich da entgegnen. Fokus und ausweichen. Okay. Fokus und blocken. Ja, ich kann ja nicht blocken. Ich habe ja nichts zum Blocken. Unverwundbarkeiten. Na, guck mal, wie bei Dark Souls, wenn man sich rollt. Stabilität umgehauen. Okay. Ich habe keine Stabilität, oder? Hm. Hier geht es nicht weiter. Heldengrab. Okay, dann müssen wir da längs. Ich gehe trotzdem mal hier rein. Ein bisschen neugierig. Okay. Kommen wir ja nicht hin. Heldengrab. Da sitzt wieder so ein fieser. Boah. Oh, Mist. Na, die sind doof. Da muss man mal schnell ausweichen, weil die wirklich nur Kacke machen. Okay. Oh, da sind wieder. Oh, da müssen wir flink sein. Nein. Nein. Ich komme auch nicht so schnell weg. Oh, komm weg. Oh, Affen, ey. Okay. Haben wir sau viel Leben verloren, wie man sieht. Warte, hier kann man hoch. Oh, Mist. Oh, jetzt bin ich hier in der Warnphase. Oh, wer ist er denn? Oh, der ist ja krass. Kann ich hier hin? Oh. Hilfe. Ah. Ach, guck mal. Er haut uns die Bäume um. Ah, warte mal. Kann ich hier durch? Ah, guck mal. Er haut die Bäume um von uns. Das ist perfekt. Okay, dann nehme ich mich an. Ich gehe jetzt einfach hier hoch. Kommt dann her. Kommt dann her. Ah, kommt dann her. Nein. Ich gehe schnell runter. Schnell runter. Oh. Knopfdrücken. He he. Die Tür geht auf. Ich gehe wieder hoch. Er könnte mir ja auch da hinten diese Dings befreien. Oh, fuck. Oh, Mist, ey. Wie ärgerlich ist das denn? Der hätte doch da die Bäume da hinten zur Kiste kaputt machen können. Ach, wo landen wir denn jetzt? Guck mal, hier wieder durch die Welt laufen. Ja, wahrscheinlich. Okay. Sonst Zelda Dark Souls mäßig so, ne? Irgendwie. Kommt mir so vor zumindest. Na, guck mal. Landen wir wieder hier. Wir müssen da nochmal hin. Vielleicht kann man ja auch seine Seelen wieder aufsammeln, wie bei Dark Souls. Oder jetzt wie bei Dings, die ruhen. Oh. Oh nein, es sind ja zwei. Ah. Nein, weg hier. Kann ich einfach vor den abhauen? Doch, ne? Geht das nicht? Oh, hier reingehen. Oh, guck mal. Oh. Das ist sogar ein Schwert. Warte mal. Yes. Das Schwert will ich haben. Yeah. Hier ruht der Held. Wie kann ich denn? Ah, so. Okay, pass auf. Machen wir das Schwert da hin. Nein, da hin. Ah, so. Ah, so. Okay, pass auf. Ja, guck mal. Das kann ich jetzt auch. Ah, guck mal. Das Schwert haut schon ein bisschen mehr rein, ihr Affen, ey. Jetzt kann ich mir auch die Truhe ganz easy holen. Denn ich kann es ja selber kaputt machen. Hö, hö. Wo ist das denn? Gut. Ein paar Münzern. Und wir holen uns unsere alten Münzen auch wieder hier anscheinend. Guck dir das an. Oh, ist so ein bisschen souls-mäßig, ne? Ah, guck mal. Da hauen wir jetzt richtig rein, hier. Aber dann können wir auch hier längs gehen. Brauchen wir gar nicht gegen euch kämpfen. Ha, ich geh aber hier unten längs. Wir können nichts machen. Ich bin stark und unsterblich. So, da hinten ist ja nichts mehr. Dann müssen wir in die Richtung wieder. Denn wir müssen ja... Helden-Grab, da waren wir jetzt. Und jetzt müssen wir zum Wachmann, wie es da standen, ne? Okay. Warte mal, dann können wir doch hier durch jetzt auch, ne? Gucken wir mal, was da ist. Guck mal, wir haben ja auch eine Kiste. Hier holen wir uns doch mal. Warte mal, bevor wir irgendwas anderes machen. Das ist aus wie eine Bombe oder sowas. Okay, hier geht's runter. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Mit dem Schwert macht es schon mehr Spaß. Oder? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das haut einfach rein. Der Knüppel. Also statt den Knüppel. Die untere Wald. Hier sollten wir gar nicht hin, ne? Was ist das denn? Wir sollten ja den Wachmann finden, oder was da war, ne? So eine Bombe. Oh. Oh, was ist hier los? Oh, oh. Oh. Gehen wir schnell zurück. Lass uns erstmal den Wachmann finden, da, wie der geredet hat. Bevor wir hier unten längs gehen. So eine eklige Spinn. Ich hasse Spinnen. Muss er nebenbei. Okay, hier sollten wir ja auch gar nicht längst, glaube ich. Ähm, wenn ich mich nochmal erinnere. Was? Heldens am Hauptmann der Wache. Okay. Hauptmann der Wache müssen wir finden. Es gab ja noch einen Weg hier irgendwo an. Da gab es noch einen Weg hoch, ne? Oh, warte mal. Speichern wir einmal vor. Das ist sicher, sicher. Das mach ich nicht mit, dass ich hier gleich irgendwie sterbe. Und dann alles irgendwie weg ist. Oh. Ah, guck mal. Und viel Spaß das macht mit diesem... Hä? Kann ich auch machen? Da, okay. Oh. Kann ich ranschleichen und killen? Steppen! Steppen kann man nicht, aber man kann ihn auf jeden Fall platt machen. Besser als mit dem Stock. Definitiv. Okay, geht's hoch. Ups. Ah, vier Schläge. Okay. Muss man sich merken. Hier ist wieder ein Knopf. Den drücken wir mal. Das wird ja wahrscheinlich die Tür da unten sein. Behaupte ich mal. Genau. Dafür, dass nichts erklärt wird und so, kommt man ganz gut durch gerade so. Kommt mir so vor. Ich weiß nicht. Spielen wir jetzt gerade? 20 Minuten? Ja. 24. Wo sind viele Kicker? Schalterchen. Hier sind Ruhe. Guck mal, der macht Treppen. Habt ihr gesehen? Der hat halt Treppen hingebaut. Hinten sind noch ein paar Dinger. Uh, was ist das denn? Ah, gut. Wieder ein paar Münzen gesammelt. Lass mal hier runter gehen. Guck mal. Guck mal. Also, macht wirklich schon mehr Schaden das Ding. Ist da irgendwas? Glänzt da so? Ne, das ist nichts. Okay, da oben ist noch einer. Da oben ist auch noch ein Weg, sehe ich gerade. Guck mal, wo wir da hinkommen. Ah, das ist so gut. Das ist so gut mit dem Schwert. Mir fehlt aber noch ein Schild. Wo kann ich ein Schild bekommen? Oh. Da ist ein Schild. Ich fühle es. Und? Ein Heiltrank. Ja. Okay. Gut, gut. Wachhaus 1. Wir waren ja gerade eben auch schon Wachhaus 2. Aber... Vielleicht müsste der Wachmann denn auch hier irgendwo sein? Mal gucken. Da war noch eine Tür hier oben. Vielleicht gehen wir da mal rein. Ui. Gucken wir mal was da ist. Da ist auf jeden Fall. Der sieht einfach ein bisschen dicker aus. Oh. Oh, okay. Oh. Oh. Alter ist der schnell. Ah, der ist tot. Okay. Der wird jetzt nicht... Oh. Oh. Aber ich habe ein Getränk genommen. Okay, das Getränk ist leck. Oh. 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 Fokus auf ihn halt. Kann ich auch. Oh! Okay, aber der lässt jetzt nicht... Den könnte man schaffen, oder? Den könnte man schaffen, glaube ich. Hm. Oh! Mal kurz die mal platt nach hier. Boah. Wo geht ich denn hier rein? Ach! Dann wird gleich hier wieder beim... Sehr schön, fast wieder beim Boss. Warte mal, den lasst doch direkt zum Boss jumpen. Kann ich auch den Leuten hier aufhalten. Ist ja direkt der Boss-Ding. Okay. Puh, da müssen wir mal ein bisschen vorsichtiger sein. Ich bin dann auch ein bisschen achtlos angegangen. Oh, da liegen meine Sachen. Ah! Ah, guck mal. Ach, den ist weggegangen. Oh! Okay. Oh! Du blöder Wachmann. Keine Chance gegen mich. Okay, der war jetzt nicht so schwer. Easy going. Oh, also kann ich hier aufhören? Doch. Oh, ich sollte ein Getränk nehmen, glaube ich. Getränk und Koffer. Oh. Okay, jetzt habe ich beide genommen. War natürlich dumm, aber jetzt haben wir zwei. Ist ja cool. Da geht es nicht raus, ne? Kommen wir hier mal hin? Da geht es hoch, okay. Na, keine Musik mehr? Was ist hier los? Gehen wir da hoch? Ah, ich habe auch kaputt machen, okay. Aber ist nichts zu finden. Hier ist wieder so diese blauen Fliesen. Das hatten wir auch gerade eben, als wir die Vision hatten. Mit der anderen. Hier wird es dunkel. Jetzt richtig dunkel. Und hier wird es wieder hell. Na, wir kommen da raus, okay. Ach, wieder so eine Stimmgabel. Ostlockenturm. Dann läuten wir die doch mal. Ja. Läuten schlagen. Achso. Yeah. Seht ihr da irgendwas? War es das schon? Hier geht es runter. Ich glaube, mehr können wir gar nicht machen. Aber wir können hier runter jetzt. Okay, die Ostlockenturm haben wir geschlagen. Jetzt müssen wir ja noch den Westlockenturm schlagen. Und das machen wir noch her. Also beim nächsten Mal, ne? Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss. Und dann bits. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020